Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de. Heute wird es ganz sommerlich. Wir verwenden ein ganz zauberhaftes Produkt aus dem neuen Jahreskatalog von Stampin' Up. Ihr kennt das wahrscheinlich schon. Hier haben wir die spritzigen Zitronen und die sind ja perfekt für diese heißen Sommertage und ich habe schon ganz lang an einer Idee getüftelt und die Hitze hat mich immer wieder außer Gefecht gesetzt. Aber heute ist es soweit. Ich teile das Video auf. Es gibt mehrere Teile. Ich plane zwei Teile für das Video. Also heute kommt Teil 1 und dann im nächsten Schritt kommt dann Teil 2. Also Kanal abonnieren und ihr verpasst den Teil 2 dann auf gar keinen Fall. Also es geht um die Stempel der spritzigen Zitronen und das ist dieses superschöne Set. Es hat diese Früchte hier, wo ihr zweimal abstempeln könnt. Erst das Außere und dann das Innere. Zauberhafte Zitronenblüten, Blätter und wunderschöne Sprüche. Und der Hammer ist, es gibt dann noch eine passende Hybrid Prägeform. Und wer das nicht kennt, das ist eine Prägeform. Die kommt so daher. Da könnt ihr dann die Zitronen prägen. Also wenn ihr Zitronen macht, ihr könnt natürlich auch Orangen machen oder so. Das ist die ganz normale Prägeform. Aber jetzt kommt der Clou. Es gibt Stanzformen dazu. Und die Stanzformen, die könnt ihr hier mit einlegen. Das zeige ich euch im Video. Und dann könnt ihr gleichzeitig stanzen und prägen. Und das ist ganz, ganz zauberhaft. Und das möchte ich euch einfach heute zeigen in diesem Projekt. Etwas umfangreicherem Projekt. Genau. Ja, und dann möchte ich aber noch sagen, wenn ihr das bei mir bestellt, dann jetzt im Juli ist eine super Zeit dazu. Denn es sind nach wie vor die Bonustage. Ab einem Bestellwert von 60 Euro erhältst du einen Gutschein für 6 Euro von Stampin' Up. Und das ist ganz grandios. Und den kannst du dann im August einlösen. Und du kannst egal wie viele Gutscheine einlösen. Denn je 60 Euro bei 120 Euro Bestellwert in meinem Shop. Oder über mich gibt es natürlich zwei Gutscheine und so weiter. Also alle Infos dazu auch auf meinem Blog. Und nun möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und euch heute mein sensationelles Projekt vorstellen. Ihr wisst, ich liebe Geschenksets. Und wenn alles dazu passt und dann habe ich mich hier verkünstelt in diesem Sommergeschenkset. Eine Portion Sommer für dich. Und das Geschenkset beinhaltet alles, was Frau sich denn so wünschen kann im Sommer, was gut tut für die Seele. Und alles hat natürlich mit den Zitronen zu tun. Und du siehst hier, ich habe in verschiedenen Farben gestempelt und gestanzt und ausgeschnitten. Und wir gehen es Stück für Stück durch. Es gibt zum einen diese wunderbare, so Art Stehsammler, diese Halterung für das Geschenkset. Das mag ich immer sehr gern. Denn so kann man das einfach nehmen und dann demjenigen verschenken. Hier vorne haben wir ein kleines Teebüchlein. Das hält mit einem Band zusammen. Und da passen dann Zitronentees zum Beispiel rein, die ihr dann verschenken könnt. Du tust immer so viel für andere. Gönn dir auch selbst mal was. Den Spruch kennst du aus dem Set entspannte Momente. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Auch im Jahreskatalog. Also einmal das Teebüchlein. Dann haben wir hier eine kleine Verpackung für Zitronenschokolade mit Joghurt. Und sie schließt mit einem Magnet. Den habe ich hier drunter versteckt und hier unter dem Designerpapier. Und dann sieht das einfach doch ganz wunderschön aus. Dann gibt es einen Badezusatz. Da gibt es freudestrahlender Lieblingstag. Auch mit Zitronengeschmack. Da könnt ihr dann... Also wenn es Duft gibt, ich drücke mal für euch. Es riecht richtig lecker. Also ich bin empfindlich bei Gedüften, aber das riecht gut, finde ich. Dann haben wir hier natürlich eine Karte. Und für diese liebe Person, wo ich das Set mir ausgedacht habe, der Himmel schickt manchmal Menschen wie Dich. Und sie ist ein Engel. Und deswegen passt der Spruch perfekt. Und der kommt aus dem Set Berührende Botschaften. Ist hier unten. Und da gibt es ja die passenden Stanzformen dazu. Einfach ganz wunderbar. Auch im Jahreskatalog. Und dann habe ich noch eine Serviettenpackung dazu gemacht. Und dann einfach hier eine Banderole, die sich schiebt. Und das hier ist quasi die Verpackung für das Geschenkset. Ist so eine Art Stehsammler. Und unten als Boden habe ich eine Graupappe mit dem Designerpapier verstärkt. Genau. Und dann sind wir schon beim Stichwort Designerpapier. Maßgeblich für die Farbgestaltung war dieses zauberhafte Blatt, das mir total gut gefallen hat. Aus dem Designerpapier. Einfach eklektisch. Aus dem Jahreskatalog ebenfalls. Und das ist wirklich super schön. Und das hat die Farben vorgegeben, die hier beteiligt sind. Und die zeige ich euch natürlich auch. Es ist das neue Pfauengrün. Das habe ich mir hier als Hauptfarbe für den Stehsammler verwendet. Es ist passend dazu das Blütenrosa. Wir haben in Currygelb die Zitronen und das Olivgrün noch dazu als kleinen Aufheller. Das sind die vier Farben, mit denen ich arbeiten werde in den Videos für dieses Projekt. Ja, und ich packe ganz schnell wieder alles ein. Und ich hoffe, euch gefällt, was ihr hier seht. Und ihr seid fleißig mit dabei beim Basteln und werkelt das gleich mit oder nach. Ganz wie es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich. Denn es gibt jede Menge zu tun. Und ich werde, wie gesagt, das Video aufteilen. Heute zeige ich euch drei Elemente und im nächsten Video die anderen drei Elemente. Aber ihr könnt natürlich auch nur einzelne rauspicken, die euch Spaß machen. Und als allererstes zeige ich euch, wie wir mit den Zitronen arbeiten werden. Und zwar habe ich mir dafür hier unsere frühere Stempelhilfe benutzt. Aber ihr könnt natürlich auch einen großen Stempelblock nehmen. Für mich ist das einfach in der Handhabung im Moment etwas einfacher, weil der Block mir etwas zu schwer ist. Denn nach wie vor ist es gesundheitlich noch nicht ganz toll bei mir. Also deswegen nehme ich die Stempelhilfe. Aber ihr könnt es auch ganz normal mit dem großen Stempelblock arbeiten. Wir nehmen uns ein Grundweis. Einfach ein großes Stück, wo das Ganze draufpasst. Und da mache ich mir das ganz einfach. Ich schneide mir das einfach jetzt mal zu. Und ich merke mir hier und schneide mir da das Stück runter. Dann ist es am einfachsten. Und dann lege ich mir das auch schon an. Ich fange mit den äußeren Umrissen der Zitronen an. Und bei mir gibt es weiterhin Zitronen, aber ihr könnt natürlich auch mit Pfirsichen und so weiter arbeiten. Das ist gar kein Problem. Das Currygelb. Einmal das Stempelkissen aufmachen. Hoppala. Glück gehabt. Und dann festhalten. Und dann, ich nehme es raus, dass du es besser sehen kannst, einfach schön flächig mit dem Stempelkissen den Stempel benetzen. Und so rum finde ich das einfacher als so rum. Deswegen nehme ich mir das Stempelkissen in die Hand und schaut schön, dass die Zitronen flächig sind, dass ihr nirgends einen Rand habt. Und dann stecken wir das wieder rein und drücken uns das einmal sauber ab. Und dann seht ihr schon, haben wir einen wunderschönen Abdruck von den Umrissen von den Zitronen. Und ich mache mir das gleich ein bisschen sauber, dass ich nicht hängen bleibe und mir irgendwie da etwas beschmutze. Wir nehmen das Innenleben der Zitronen. Wer will, kann das in einer anderen Farbe machen. Ich habe das aber im gleichen Farbton gemacht, dass einfach gar nicht so viel unterschiedliche Farben aufkommen. Und dann stempeln wir uns das hier oben drauf. Und dann seht ihr schon ganz ganz tolles Ergebnis von den Zitronen. Auch hier das einfach wieder mit dem feuchten Lappen sauber machen. Und dann haben wir das schon. Jetzt können wir uns das einfach umdrehen und dann noch mal stempeln und stanzen später. Ich habe mir schon welche vorbereitet und das würde ich euch auch empfehlen. Ihr braucht für die Dekoration schon einiges an Zitronen und deswegen empfehle ich jetzt einfach mehrere zu machen. Und wie du siehst, ich habe mir hier schon ein ganzes Kistchen vorbereitet und dann kann ich schön rausnehmen und ja, was ich brauche. Einfach mit diesem Schritt anfangen. Die Zitronen sind in der Zwischenzeit getrocknet und dann nehmen wir uns die Stanz- und Prägemaschine. Und dann nehmen wir sämtliche Platten heraus, bis nur noch die Grundplatte 1 drin ist. Und dann nehmen wir die Hybrid Prägeform. Und jetzt ist wichtig, dass ihr das richtig rum zusammensetzt, dass das auch funktioniert und wir brauchen die außen Stanzformen. Und nun ist es so, ich halte mir die Form so, dass das Stampin' Up Logo zu mir an den Bauch zeigt. Also das heißt, ich habe hier die Vertiefungen von der Zitrone und dann wölbt sich das hier, die richtige Erhöhung wölbt sich hier rein. Also schiebt mir das nach außen und das ist nachher genau das, was wir sehen wollen. Wir wollen, dass es die Farbe nach außen drückt und deswegen weiß ich, dass ich nachher mein Papier so rum einlegen muss, dass dieses große, das hier runter drückt, dass es mir diese Farbe, das gestempelte, dann nachher nach außen drückt. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach, wenn ihr euch das merkt. Also hier bei den Zitronen gilt Stampin' Up Logo zu euch an den Bauch. Und dann nehmen wir die Stanzform und die Stanzform legen wir auf, dass die Rillen nach oben sind. Also dass sie zum Himmel schauen, die Rillen, da könnt ihr das schön fühlen und dann passt sich das wunderbar hier um die Ränder an. Und dann schneide ich mir jetzt aber erst das Kürze. Also wir legen es wieder so an und dann die Zitronen einfach mal über Kopf und dann drehe ich mir das rum, halte das fest und schiebe es mir so hin, man kann ja hier wunderbar durchschauen, dass es passend ist. Und wenn das passt, einfach den Deckel zu, Finger raus und dann legen wir uns das auf die untere Stanzplatte, legen die Platte Nummer 4, die graue, oben drauf und kurbeln uns das einmal durch. Und öffnen das wieder und dann seht ihr, wir haben hier das geprägte richtig rum und die Stanzteile, die Zitronen fallen wunderbar heraus und das ist einfach, also ich finde das total mega und auch das Restchen, wer mag, kann das jetzt noch mit einem Schwämmchen ein bisschen einfärben und auch verwenden. Also es ist total cool. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Und so verfahrt ihr jetzt und macht euch erstmal ganz, ganz viele Zitronen in den Farben, die ihr wollt und macht auch ein paar Blütchen und Blätter, die habe ich jetzt in Olivgrün und in Pfauengrün gestaltet und dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Projekt. Als erstes aus der Box möchte ich mit euch die Joghuretteverpackung mit dem Magnetverschluss arbeiten und dazu nehmen wir uns den Papierschneider und ein Stück Pfauengrün. Das Pfauengrün schneiden wir uns nun in der Größe von 21 auf 14 cm zu. Also wir kürzen den Bogen bei 14 cm an der langen Seite und den Rest heben wir uns auf für ein anderes Projekt. Dann falzen wir das Ganze an der kurzen Seite bei 1,5 cm. Das schiebe ich mir hier an. Dann bei 3 cm. Wir drehen es einmal um bei 11 cm oder 3 cm hier und bei 12,5 cm oder 1,5 cm auf dieser Seite. An der langen Seite falzen wir uns das Ganze bei 4 cm, bei 5,5 cm, bei 13,5 cm und dann noch bei 15 cm. Das gibt dann unsere Grundbox. Wir schneiden uns gleich weiter hinzu aus Currygelb den Farbkarton, den wir als Aufleger machen. Wir haben einmal, zweimal, dreimal Aufleger mit Currygelb und da könnt ihr wieder irgendwelche Reststückchen verwenden. Und zwar brauchen wir vom Farbkarton 7,5 cm in der Breite. Das passt hier super. 7,5 cm und dann brauchen wir einmal 3,6 cm. Das ist der kleine Aufleger. Und dann brauchen wir zweimal 5,6 cm. So, das sind unsere Farbkarton-Aufleger. Und dann nehme ich mir von dem Zitronendesigner-Papier und da schauen wir, dass wir das natürlich in der richtigen Laufrichtung haben. Und die Höhe des Designerpapiers müssen wir uns dann als erstes abschneiden. Und zwar sind das 5,2 cm. Und der hat die Breite von 7,1 cm. Und das brauchen wir zweimal. 7,1 cm auf 5,2 cm. Und dann brauchen wir noch ein drittes Stückchen. Und da schaue ich, ob dieser Rest passt. Der hat die Maße 3,2 cm auf 7,1 cm. Und dann schneiden wir ab. Und dann schneiden wir ab. 3,2 cm. Super, dann haben wir das schön geschnitten. Und die Zitronen, ich habe sie gesehen und geliebt. Also so, so entzückend. Ganz, ganz wunderbar. Der Papierschneider darf jetzt auf die Seite. Und wir legen das hier auch erstmal auf die Seite. Bitte noch nicht kleben, denn wir müssen natürlich erst einmal den Magnet nachher noch verstauen. Aber nun zur Box für die Jogurette. Es gibt dann nachher, also ich habe dieses hier gekauft. Das sind vier Riegel drin. Und die Verpackung ist nachher so, dass wir sie einzeln reinlegen, diese vier Stück. Und dann haben wir nachher kein Problem mit der Verpackung. Das gefällt mir auch besser, wenn man die einzeln herausnehmen kann. So, dieser Teil hier, das lege ich euch jetzt hin. Das ist der kleine hier. Das hier ist also die äußere Linie. Das ist hier unsere Halterung. Das hier ist die Außenkante. Und das ist quasi das in der Mitte. Und das heißt, wir schneiden uns jetzt erstmal bei dieser Lasche hier die Klebelaschen auf die Seite. Auf der Seite weg. Also bis zur ersten Falz wird geschnitten. In der Falzlinie. Und dann schneiden wir uns, schrägen wir uns das an. Denn das hier ist unsere Klebelasche. Auf der anderen Seite schrägen wir uns das auch gleich an. Und kürzen es etwas ein. So. Links das gleiche. Bis zur ersten Kreuzung schneiden. Anschrägen. Und auf dieser Seite müssen wir das auch noch herausschneiden. Das hier bleibt stehen. Das ist ja dieser Teil. Und jetzt schneiden wir quasi, ich lege euch das drauf. Und jetzt schneiden wir hier noch die Klebelaschen bis zu dieser zweiten Falz hier ab. Also das heißt, das lange lassen wir stehen und dann schneiden wir uns hier wieder das heraus. Einmal drehen und dann schön hier entlang. Ihr könnt das auch mit dem Papierschneider machen, wenn ihr da geübt seid. Ich mache es lieber mit der Schere. Perfekt. Wir nehmen das Ohrhalt. Hier habe ich vergessen noch. Die Klebelasche zu kürzen. Also, das ist der Deckel, der nach innen hochklappt. Und das zeige ich euch jetzt einfach. Wir klappen einmal den Deckel nach oben. Diese Vertiefung hier gibt uns quasi die Höhe der Schachtel. Vorsichtig das Klebelläschchen hier rein. Und auf der anderen Seite genauso. Und dann haben wir quasi schon eine Standardverpackung ist das ja fertig. Also, wir kleben das dann nach innen hier. Und das könnt ihr mit dem Flüssigkleber oder mit dem Abreißklebeband machen. Ich nehme an dieser Stelle den Tombow. Und klebe mir das hier zusammen. Achtet darauf, dass ihr schön hier an der Kante seid. Und dann habt ihr das schon perfekt hier zusammen. Am besten ist, ihr schiebt euch jetzt die Riegel rein. Denn die geben dem Ganzen dann schon schön die Form. Und jetzt kleben wir noch hier entlang das nach oben, dass das dann schön zusammenbleibt. Also, jetzt nicht mehr so viel Kleber nehmen, dass es nicht ausläuft. Und dann hier schön auch arbeiten, dass es am Rand gut passt. Ein bisschen festdrücken. Und dann ist es schon super. Das hier wird unser Deckel. Und der kommt dann so oben drauf. Den werden wir mit einem Minimagneten befestigen. Du weißt, die gibt es nicht von Stampin' Up. Aber du findest sie auf meinem Online-Shop. Zauberhaft stempeln. Da habe ich die. Das gibt immer dann 10 Paar zum Kaufen. Und sie sind einfach ganz wunderbar. Bei allen meinen Projekten verwende ich die. Und die halten ganz, ganz super. Jetzt darauf achten, dass ihr hinten mit den Händen das festhaltet. Einmal drücken. Und dann haben wir schon den Magnet richtig positioniert. Und wir können ans Dekorieren gehen, ihr Lieben. So schnell geht das mit der Verpackung. Wir legen einmal unsere Abschnitte alle hin. Und dann wird geklebt. Und das Designerpapier, da gebe ich mir wenig Kleber am Rand drauf. Und dann positioniere ich mir das auch gleich auf meiner Verpackung. Und ich finde ja die Kombi hier total cool. Also das Curry mit dem Faungrün, wo ich das erste Mal zusammen hingehalten habe. Also das ist schon mega. Das kann schon richtig was. So, einmal innen hier den Magnet verstecken. Denn ich finde es nicht so schön, wenn man den sieht. Und es gibt einfach der Verpackung auch noch ein bisschen Stabilität. Vorne drauf. Und dann können wir schon gleich mit unseren Zitronen dekorieren. Total fand ich süß, dass wir innen noch ein kleines Blütchen anbringen. Das gebe ich jetzt nur hier ein bisschen Flüssigkleber hin. Und schiebe mir das so drauf. Das hält dann von ganz alleine. Wir befestigen es mit dem Magnet. Und außen habe ich mir dann eine Zitrone zurechtgenommen. Und zwar... Wir können jetzt die Rosane nehmen. Dann ist es ein bisschen unterschiedlich. Und ich habe mir die Blätter, weil hier auf dem Muster ist ja auch Oliv und einmal das Faungrün. Und dann schneide ich mir das einfach auseinander. Einmal die Blätter. Und klebe mir die wieder zusammen an. Dafür einfach ein bisschen Flüssigkleber aufgeben. Zusammen legen. Und dann die Zitrone oben drauf. Und jetzt einfach hinten. Ich habe es absichtlich ein bisschen überstehen lassen. Also da nicht so viel Tombow drauf. Dann haben wir hier die Zitrone. Und dann gibt es noch so ein kleines süßes entzückendes Blümchen. Die irgendwo waren noch die Kleinen. Die verstecken sich immer. So. Und dann haben wir da noch ein Blümchen oben drauf. Und dann ist es doch total süß. Der Spruch für dich. Der kommt ebenfalls aus dem Set Spritzige Zitronen. Denn hier steht eine Portion Sommer für dich. Und ich habe nur das für dich gestempelt. Ich bin ja ein Fan davon. Nur Teile auf der Stempel zu verwenden. Wenn mir der Text jetzt in dem Fall nicht so passend ist. Und dann nehme ich mir den Stempel. Und ziehe ihn ganz normal auf den Block auf. Ein Stückchen weiß. Nehmt da am besten schon wirklich einen dünnen Streifen. Aus der Rest der Kiste. Denn man hat das ja immer irgendwie übrig. So ein Zentimeter ist das, glaube ich. Und dann geben wir uns jetzt nur auf dieses für dich. Ganz vorsichtig. Am besten so über den Rand. Dann braucht ihr nämlich nicht so viel abwischen. Und dann wird einmal für dich gestempelt. Cool, oder? Sehr schön. Ausschneiden. Und dann können wir gerade auf diesem Reststück das aufkleben. Und dann haben wir da so einen schönen Rand in dem grünlichen Ton hinterlegt. Und so haben wir das gleich noch die Restchen verwendet. Und es sieht gar nicht nach Resteverwertung aus. Das für dich hier drauf. Lassen wir die Zitrone oben noch ein bisschen hochballern. Und dann, ihr Lieben, haben wir schon das erste Goodie fertig. Nämlich die Joghurteverpackung mit dem Magnetverschluss. Einfach super. Mir gefällt es. Und ich hoffe euch auch. Und weiter geht es mit dem Teebüchlein. Das Teebüchlein sieht so aus. Und dazu nehmen wir uns als erstes einen Karton in olivgrün. Der hat die Maße 16 x 17 cm. Und dann schneide ich mir an der langen Seite die 16 runter. Das seht ihr genau hier. In der Kerbe sind die 16. Und dann werden die 17 hier heruntergeschnitten. 16 x 17 cm und das Ganze wird gefalzt an der Seite von 17 cm bei 8 cm auf jeder Seite. Oder wir falzen 8 und 9. Also einmal 8 cm und dann die 9 cm. Und das ist dann schon unser Grundteil für das Büchlein. Wir nehmen uns dann Farbkarton in Currygelb. Und der hat die Maße 15,5 x 7,5 cm. Da schaue ich mal, ob das hier passt. Nein, das reicht nicht. Also 15,5 x 7,5 cm. Zwei mal bitte. Zwei mal in Curry. Und für innen brauchen wir das Ganze zweimal in Blütenrosa. Ebenfalls 15,5 cm auf 7,5 cm. Und dann brauchen wir noch Designerpapier von den geliebten Zitronen. Und zwar 15,1 cm in der Höhe. Und das reicht nicht. Da nehme ich mir dann einen neuen Bogen. Auf die Höhe achten 15,1 cm. Und das schneiden wir auf 7,1 cm und zwei Stücke runter. Und dann brauchen wir noch für innen, also das war jetzt das äußere und das innere. Und jetzt brauchen wir noch für diese Streifen hier 4 x Farbkarton 1,5 x 9 cm. Und da mache ich mir das jetzt anders. 4 x 1,5. Das können wir ja am Stück machen. 6 cm. Und dann schneiden wir uns das auf 9 cm erstmal. Also 9 x 6 können wir schneiden. Und dann falzen wir bei einem Zentimeter links und rechts an der langen Seite. Und dann bringen wir uns vor dem Durchschneiden das Abreißklebeband an. Einmal auf die Klebelasche auf dieser Seite. Und einmal auf die andere Klebelasche. Und nun schneiden wir uns 4,1,5 cm Streifen runter. Und dann haben wir das so viel einfacher, als wenn wir jeden einzeln verpacken würden. Also mit dem Klebeband versehen. Dann ist das im Ganzen, finde ich, immer einfacher. So, das war alles Geschnittene. Und dann geht es ans Zusammenkleben. Wir nehmen uns das Grundbüchlein und wir falzen ja immer. Wir haben hier ein, die das Tal gemacht und wir knicken das so. Und deswegen ist das unsere äußere Seite. Und dann nehmen wir uns dieses wunderbare Band aus dem Jahreskatalog, das Limette. Aber ich finde, es passt trotzdem ganz gut dazu. Und wir legen uns das nun bei 8 und 8 cm an. Und lassen uns einmal für eine Schleife auf einer Seite überstehen und auf der anderen großzügig, dass ihr schöne Schleife binden könnt. Und dann kleben wir uns erst das Band hinein, bevor wir das dann weiter dekorieren. Und dazu nehme ich mir den Klebeabroller bei 8 und 8 und dann weiß ich, hier ist die Mitte und fahre wir einmal hier drüber. Aber Vorsicht, hier und hier und nicht hier drüber stehen, denn unser Farbkarton, der lässt ja ein bisschen grün stehen. Also das reicht völlig. Und dann markiere ich mir die Hälfte, wenn ihr das gerade so ein bisschen knickt oder da festhaltet, gebt es in die Mitte rein und dann könnt ihr so ganz gerade das Band aufkleben. Und dann könnt ihr das Falzen, falten, die Falzlinie nach und dann habt ihr perfekt das Band einmal außen herum. Und dann können wir noch schon mit dem Bekleben anfangen. Und zwar kommen hier die Zitronen auf das Gelb in diesem Fall. Wir nehmen uns wieder den Flüssigkleber. Wer mag, kann schauen, wie wir das geschnitten haben. Und dann mache ich das auf die rechte Seite und dann geht das Muster hinten weiter. Aber das könnt ihr machen, wie euch das gefällt. Bisschen Kleber. Und dann klebe ich mir das gleich fest. Und jetzt gebe ich mir hier in der Mitte auch Kleber hin, dass das Band nochmal von oben fixiert wird. Aber da braucht es echt nicht viel, weil das ist ein kleines Band. Schön zart und dünn und passt perfekt für unser Büchlein. Das zweite wird auf die Rückseite des Büchleins geklebt und auch wieder in der Mitte ein bisschen Kleber. So, und dann ist es außen fertig. Wir kommen innen zum Innenteil. Da kleben wir uns das Blütenrosa ebenfalls gleich auf. So, perfekt. So klebt das schön. Dann nehmen wir uns die kleinen Viererstreifelchen zur Hand und unseren Tee. Ich habe hier Ingwer-Citrone verwendet. Die Teebeutelchen, je nach Marke, sind glaube nicht gleich groß. Also das heißt, ihr messt am besten vorher mal ab, ob das so von der Größe her passt. Bei dieser Firma funktioniert das, auch mit einer anderen Sorte. Wir knicken uns das ein und ziehen uns die Klebestreifen ab. Und jetzt ist ganz einfach, ihr nehmt das so ein bisschen zur Hand und jetzt könnt ihr euch das wieder irgendwo anlegen, dass das passt. Das war ja 16 hoch, also machen wir hier in der Mitte ist bei 13,5. Also 4 nach oben sind wir. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 brauchen wir hier. Also dann bei 5,5. Dann könnt ihr das anlegen an der Seite und euch einfach ein bisschen dran orientieren, dass es nicht da so krumm wird. Aber ich bin überzeugt, es wird keiner nachmessen. Also ich lege es jetzt mal hier bei 18 an. Dann fahrt das so nach innen, dass es ein bisschen gewölbt ist, dass man schön den Tee raus und rein fahren kann. Probiert das ein bisschen und wenn es für euch passt, drückt ihr das einfach fest. Also das sind nur so kleine Brücken quasi, die den Tee festhalten. Ich wollte absichtlich die einzelnen Elemente nicht gar so kompliziert machen, dass ihr das einfach nachbauen könnt und dass es nicht so mega aufwendig wird. Also ihr braucht schon ein bisschen Zeit für dieses Geschenkset. Das macht ja auch total Spaß, aber wenn wir da jetzt ein Teebüchlein mit einer Akkordeonbindung machen und so, dann wird das auch viel zu dick alles für diese Box, für diesen Stehsammler, wo das Ganze drin ist. So, und hier unten passt das dann auch vom Abstand. Und dann kleben wir uns das fest. Das vierte und dann geht es auch hier schon an die Deko. Und das riecht hier also voll nach Zitrone, der Tee. Das ist Wahnsinn. Mein Mann muss den dann mal probieren. Ich bin nicht so der Ingwer-Fan, deswegen wird mein Mann damit beglückt. Ich bin gespannt, was er sagt, wie er schmeckt. Auf jeden Fall, es riecht extrem nach Zitrone, aber nicht unangenehm. Eher richtig frisch. Also toll für den Sommer. Bestimmt auch toll als Eistee. Jetzt dekorieren wir uns innen noch ein bisschen die Zitronen drauf, dass es einfach auch da nochmal schön zitronig, fruchtig wird. So, was haben wir denn Schönes? Und das ist toll, wenn ihr das, wie gesagt, dann schon vorher gestanzt habt, dann könnt ihr total aus dem Vollen schöpfen. Wichtig ist, klebt bitte hier, macht hier den Kleber drauf und drückt euch dann die Elemente drauf. Nicht, dass ihr den Teebeutel mit festklebt. Das wäre nicht so gut. Dann kann man es nicht mehr raus. Die halben sind auch total klasse. Und dann machen wir noch da ein Plättchen mit einem Blümchen. So, gerade kein kleines Blümchen mehr da. Doch, hier unten kommt nochmal eins. Dann drauf und dann sieht das doch schon richtig super schick aus. Einmal zusammenknoten. So, und dann werden wir uns das Ganze außen jetzt noch dekorieren. Dazu nehme ich mir schon mal die Zitronenscheibe. und gebe mir da ein Blatt drunter. Und das klebe ich mir schon mal so fest. Und dann kümmern wir uns um den Spruch. Der war ja, wie gesagt, aus dem Set entspannte Momente. Und den stempeln wir uns nun in olivgrün auf weiß und hinterlegen es mit olivgrün. So, superschön. Stempelkopf dazu machen. Es ist so warm, dass es nicht austrocknet. und dann schneide ich mir das grob rundherum aus und klebe mir das auf das Grün und schneide das ebenfalls aus. So, das ist ausgeschnitten. Wir nehmen uns nun Dimensionals und kleben das mit Dimensionals auf. Auf der Rückseite schön flächig, dass das Etikett gut sitzt. Die Dimensionals aufgeben. Und dann ziehen wir die Schutzfolie ab. Und positionieren uns das. Dann suchen wir noch mal ein paar Blümchen. Die sind auch so super süß, finde ich. Also, das passt richtig toll. Das klebe ich mir einfach hier und hier noch ein Blümchen auf. Und dann habe ich runde Akzente in opaler Optik verwendet, um mir noch ein paar Drops Glitzer aufzusetzen. Das ist so ein bisschen, ja, wie so Zitronentee-farbige Akzente. Und dann, ihr Lieben, haben wir unser Teebüchlein schon fertig. Das war Projekt Nummer 2. Und ich hoffe, ihr könnt noch. Einen schaffen wir für heute noch, oder? Und dann habt ihr schon die Hälfte des Geschenksets fertig. Und zwar kümmern wir uns jetzt noch um die Serviettenbanderole. Die geht ganz schnell. Ich habe hier diese Servietten, aber ich habe natürlich auch noch andere Zitronen-Servietten gefunden. Und die werden wir uns jetzt verpacken. Und dafür machen wir uns einfach hier eine schöne Banderole. Und zwar brauchen wir dafür den Papierschneider. Und wir nehmen uns einen Farbkarton in faungrün. Einen Mix. Und wir schneiden uns ein Stück von dem Farbkarton runter. Der hat die Maße 29 cm auf 5 cm. Also einmal die Länge des ganzen Bogens. Den kürzen wir uns ein auf 29. Und wir schneiden noch ein weiteres Stück von 12 cm. Da nehmen wir gerade von so einem Rest. 12 cm auf 5 cm. Denn wir müssen das ein bisschen ansetzen. Das sieht man aber nur an der Rückseite. Das ist gar nicht schlimm. Also 12 x 5 cm. Und dann geben wir uns einfach auf den langen Streifen Abreißklebeband an einem Ende ganz nah. drüberfahren, Trägerfolie abziehen. Und dann orientiere ich mich auch hier wieder, dass es gerade ist. Und klebe mir den kurzen Streifen auf. Und dann passt das. Und dann haben wir einen ganz langen Streifen und den falzen wir jetzt. Nämlich bei 5,5 cm. Bei 8 cm. Bei 24,7 cm. Also ich hoffe, die Servietten sind alle gleich dick. Aber von der Packung her sieht es gleich dick aus. Das sehen wir jetzt gleich. Und bei 27,2 cm. Wir knicken uns eben mal die Falzlinien nach. Und sehen auch hier, das passt. Also die Standard-Servietten sind alle gleich dick. Das ist ganz wunderbar. Und dann geben wir uns Abreißklebeband auf eines der Innenteile und schließen somit die Banderole. So ein bisschen Aufzug, nicht zu fest, dass es hier schön locker noch passt. Und dann kann man das noch hoch und runter schieben. Super schick, oder? Ja, schon. Dann nehmen wir den Papierschneider und schneiden ein Stück Farbkarton, ähm, olivgrün, bitte. Der Farbkarton olivgrün in 16,2. Das findet ihr genau hier, wo das Dunkelgrau endet. Mal 4,5 cm. Und dann schneiden wir uns noch ein Stück der Zitronen. 15,8 mal 4,1. Das passt. 15,8. Ich schneide erst die 4,1. 15,8. Die 16 sind hier und dann ist es da. Und das kommt so hier drauf. Auf unsere Banderole-Verpackung. Und jetzt einmal das Ganze auf die Banderole. Und die werden wir natürlich jetzt auch mit den Zitronen, die wir gestanzt und gestempelt haben, dekorieren. Dann nehmen wir jetzt mal eine hier, eine große Scheibe in Blütenrosa. Das passt gerade hier sehr gut drauf. Und dann nehmen wir hier noch ein Blatt in dem Faungrün. Und setzen uns hier diese Scheibe der Zitrone drauf. Schön finde ich es, wenn das auch so ein bisschen übereinander ist und verdeckt dann. Und dann gibt es noch mal ein Blümchen. Und hier finden wir vielleicht auch noch eins. Aufgabe für das nächste Video. Vorbereitung der kleinen Blümchen. Also das ist egal. Dann nehmen wir ein großes. Das ist ja wurscht. Also. Es muss ja nicht identisch sein, wie die Vorlage, die ich gemacht habe. Also. Das passt auch total süß dazu. So ihr Lieben. Das war jetzt die Serviettenverpackung mit der Banderole. Die 1 und das ist die 2. Und auch hier gebe ich mir doch noch mal glatt. Und einen Glitzi. Einen zitronenfarbenen Glitzi oben drauf. Und dann haben wir das geschafft. Also ihr Lieben. Wir haben schon 3 Projekte aus dem Geschenkset. Wir haben einmal das Teebüchlein gemacht. Die Banderole für die Serviette. Und wir haben die Joghurttenverpackung schon geschafft. Also perfekt. 3 von 6 haben wir schon. Das war Teil 1. Und bleibt dran. Abonniert den Kanal. Und dann gibt es demnächst Teil 2 zu dieser Serie hier. Oder besser gesagt zu diesem Geschenkset der Spritzigen Zitronen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen. Bis bald ihr Lieben. Macht's gut. Eure Daniela von sauberhaft-stempeln.de Eure Daniela von sauberhaft-stempeln.de